Die erste Frage ist, haben die Grünen und Schwarzen da jetzt was zusammengebracht, was die Welt vorher noch nicht gesehen hat, nämlich dass zwei unterschiedliche ideologisch positionierte Parteien sich auf ein Koalitionsprogramm einigen? Nein. Das ist in der Geschichte der Zweiten Republik andauernd passiert. Wenn ich mir die ideologischen Überschneidungspunkte der Roten und der Schwarzen anschaue, dann sind die wahrscheinlich noch geringer. Aber doch eher nach diesem Modus, den Herr Schuler beschrieben hat, oder? Darf ich ganz kurz aussprechen? Also wir müssen uns jetzt nicht in der Wissenschaft dort übersteigen. Die Frage nach dem Modus, nämlich die einen dürfen hier arbeiten und die anderen dürfen hier. Und es gibt eine Art konstruktive Zusammenarbeit auf zwei unterschiedlichen Themen. Das ist ja noch gar nicht gesagt. Das stimmt ja noch nicht. Das haben Sie ja noch gar nicht gesehen. Das gibt es nicht. Sie sprechen von etwas, das nicht beeindruckt wird. Da kann ich einen Satz oder einen Gedanken zu Ende formulieren. Ich beziehe mich damit vor allem auf zum Beispiel die Dinge, die ja auch in der Rhetorik, wir haben die Regierung ja erst seit kurzem im Amt unter anderem von unserem Bundeskanzler gekommen sind. Er hat das sehr schön auch erzählt, indem er gesagt hat, wir holen jetzt das Beste aus beiden Welten. Und diese beiden Welten sind ja auch das, was Herr Fleischacker gemeint hat, als er vorher gemeint hat, aha, ihr habt das eine, die anderen haben das andere. Werner Kogler hat heute gesagt, das Problem an der Welt ist, es gibt halt nur eine. Und die Frage ist, wie betrachtet man sie? Das heißt, die Frage von, wie geht es mit dieser Auseinandersetzung weiter, das werden wir die nächsten Monate und Jahre natürlich haben. Frau Tschitsch hat am Anfang formuliert, die größte Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ist die Frage, wie gehen wir mit der Klimakatastrophe um und wie finden wir da eine sozialverträgliche Antwort darauf? Na, dieser Konflikt kommt auf diese Regierung zu, ob sie will oder nicht. Ganz unabhängig davon, wie ich die einzelnen Akteure betrachte. Und ein letzter Punkt noch, weil Sie der Meinung sind, dass wir da jetzt eine Avantgarde-Regierung haben. Also der Hauptzündler der Antidemokratie, Sie haben es Brülldemokratie genannt, ist der Mensch, der jetzt wieder Bundeskanzler ist, der sich am Tag seines Rauswurfs nach dem Misstrauensantrag hinstellt und sagt, heute hat das Parlament bestimmt, entscheiden wird das Volk. Also die Frage von, wer hier wie, mit welcher antidemokratischen Rhetorik spielt, kann man als... Also Volksnähe ist für mich der Innenbegriff von Demokratie und nicht irgendwas Negatives. Ich muss da der Frau Blacher letzten Satz schon absolut recht geben. Also ich finde das immer, er macht das gut offenbar, dieses Marketingprodukt Sebastian Kurz, er macht das wirklich gut. Ich meine, die ÖVP versteht zwei Dinge am besten. Das ist Macht und Machtausbau. Und das war damals bei der Krise, wo man gehabt hat, wo dann die Regierung geplatzt ist, war es ja auch so. Da war zuerst das Riviza-Video, dann hat es geheißen, okay, man macht weiter. Mit unserem Verkehrsminister Norbert Hofer als Vizekanzler, das war paktiert. Und dann auf einmal ist der Anruf gekommen und hat gesagt, naja, das geht jetzt nicht, jetzt muss der Kickl auch noch weg. Also diese, bitte, ich hoffe, ihr habt zu viele Seitletters gemacht, weil was nicht vereinbart ist, und da muss ich sie auch ein bisschen korrigieren, sie sind vor der Theorie, das klingt alles wunderschön und wir haben uns alle lieb und die Demokratie ist wichtig und ist auch wichtig. Habe ich absolut nicht gesagt. Ich stehe absolut zu 100% hinter der Demokratie, das ist die beste Regierungsform, die wir überhaupt haben können. Aber sie haben sehr viel getan, um sie zu... Nein, haben wir überhaupt nicht getan. Es ist von der Theorie in die Praxis, was sie nicht verhandelt haben, das kommt nicht. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt zu viele Seitletters. Was? Es ist aber so. Ich bin das gewohnt, ich habe das mitgemacht. Ich war im Regierungsverhandlungsteam, ich habe das mitgemacht. Das ist nicht so einfach. Und dann sagt man, okay, und das Miteinander regieren ist unbedingt notwendig. Und das tut ihr nicht. Ihr regiert nebeneinander. Aber es ist ja schon wieder auf den Tisch gezogen worden. Wir sind nicht über den Tisch gezogen worden, weil wir inhaltliche Themen gehabt haben, die teilweise wirklich deckungsgleich waren. Da hat man sich leichter getan. Aber natürlich sind wir auch, unter Anführungszeichen, über den Tisch gezogen worden. Themen 2022 und 2023. Ich schaue mir das an. Bei uns hat es geheißen, uns wichtige Themen, das darf ich gerade hier sagen, also die ORF-Reform beispielsweise, die GIS-Gebühren, das war uns sehr, sehr wichtig. Das hat man dann nach hinten verschoben. Die direkte Demokratie nach hinten verschoben. Ja, warum? Jetzt kann ich besser sein und sagen, weil er genau gewusst hat, das hebt mit fünf Jahren. Also das und das, was ihr, eure Kernthemen, 22, 23, das wird nicht kommen. Aber ich finde es süß, dass ich sich Sorgen machen, dass ich die Regierung auch... Naja, ich mache mal erzählen, dass die Grünen weniger sagen. Ich mache einen ganz kurzen Break, weil das ist ja jetzt so die Diskussion darüber, über den Tisch gezogen, ob eigentlich die Grünen es dann am Ende, sagen wir, in dieser Wahrheit doch zu billig hergegeben haben. Sie sind es ja erst einmal in einer Regierung und die Frage ist tatsächlich, um welchen Preis. Schauen wir uns das kurz an. Sebastian Kurz ist wieder Kanzler. Der Koalition zwischen ÖVP und Grünen wird international Modellcharakter zugeschrieben. Die Grünen hingegen ernten harsche Kritik, und zwar ausgerechnet von der Deutschen Schwesterpartei. Grünen-Chef Werner Kogler habe sich zu billig hergegeben und zu viele Zugeständnisse gemacht. Vor allem die unkonkreten Formulierungen zur CO2-Bepreisung sowie der koalitionsfreie Raum im Falle einer erneuten Flüchtlingskrise wird heftig kritisiert. Die Grünen hatten der ÖVP damit einen Blankoscheck gegeben, Asylverschärfungen im Zweifel mit der FPÖ zu beschließen. Dies sei nicht nachvollziehbar und sehr gefährlich. Frau Ernst-Cicci, also Blankoscheck in Asylfragen, nicht nachvollziehbar gefährlich, sind relativ scharfe Töne eigentlich, oder, für eine Schwesterpartei. Haben Sie tatsächlich für die Macht zu viel hergegeben? Also, erstens, ich sehe das wirklich gelassen und würde gerne sachlich bleiben, auch wenn es natürlich in solchen Diskussionen auch darum geht, hier unterschiedliche Positionen einzunehmen. Waren die Deutschen Grünen da unsachlich? Nein, 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 überhaupt nicht. Das sehe ich gelassen. Hier in der Runde würde ich sachlich bleiben. Weswegen? Erstens, die ÖVP hat 37,5 Prozent, wir haben 14. Das Kräfteverhältnis spiegelt sich tatsächlich in der Kompetenzverteilung wider und natürlich ist das jetzt nicht zu 100 Prozent ein grünes Regierungsprogramm. Sie können davon ausgehen, dass wir jedenfalls länger als die FPÖ verhandelt haben und wirklich auch Details verhandelt haben und dass wir sehr wohl wissen, wie wir diese konkreten Maßnahmen, die wir vereinbart haben, umsetzen werden. Ich glaube, Sie werden dem Werner Kogler kaum unterstellen, dass er sich da so leicht über den Tisch ziehen lässt, genauso wie das ganze Regierungsteam unserer Minister, Ministerinnen. Wir haben das ambitionierteste Klimaprogramm. Wir haben das größte Umweltinfrastrukturministerium in unserer Hand. Das Thema Soziales, Gesundheit, das Thema sozusagen auch, also die ganzen juristischen Dinge, die uns immer wichtig waren, die jetzt bei der Alma Sadic im Justizministerium angesiedelt sind. Das sind ja nicht Peanuts, sondern im Gegenteil, da ist eine konkrete, klare grüne Handschrift. Und ich finde das schon witzig, weil die Regierung jetzt am Dienstag angelobt worden sind und alle sprechen jetzt schon, wie Sie gesagt haben, von Konflikten und Kontroversen und über den Tisch ziehen lassen. Nein, es ist eine historische Chance. Da übernehmen tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Parteien mit einer geringen Schnittmenge Verantwortung für dieses Land, weil es sonst niemand anderer getan hätte. Und das ist der gravierende Unterschied. Das verstehen die deutschen Kollegen nur nicht, oder? Es ist uns gelungen, in den Themenbereichen, die uns als Grüne ganz, ganz wichtig sind, auch viele konkrete Schritte zu vereinbaren. Die deutschen Grünen haben ja selber damals verhandelt. Ich will das jetzt gar nicht hier in die Breite treten, ob das jetzt gut war oder nicht, welche Kompromisse sie damals eingegangen sind. Ihnen geht es vor allem um die Kritik, was die Migrationspolitik anbelangt. Die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, tatsächlich hätte ich mir auch hier eine Diskursverschiebung gewünschen. Aber ja, es war uns auch natürlich klar, dass die ÖVP nicht nur mit dem Thema Wahlkampf gemacht hat, sondern dass das Thema der ÖVP besonders wichtig ist. Und deswegen waren wir in der Position zu schauen, wie wir hier eben die Menschenrechte, die Grundrechte garantieren, das Völkerrecht, den Multilateralismus. Wie wir hier sozusagen eine nicht menschenrechtswidrige Politik, wie sie zum Teil unter Türkisblau stattgefunden hat, wiederholen, sondern genau dieser eine Absage erteilen. Und das ist nochmal, da wiederhole ich mich, der gravierende Unterschied, also das müssen Sie mal erklären, wir können nicht irgendwelche Schlagworte in den Raum werfen. Warten Sie ab, ich glaube, Sie haben das schon gesagt, allein in der Kommunikation, und da gebe ich Ihnen nicht recht, wir haben jetzt keinen Modus, wo wir im Ministerrat nebeneinander stehen. Im Gegenteil, das sind gemeinsame Vereinbarungen. Und eine Koalition kann nur funktionieren, wenn man das Ganze gemeinsam angeht. Was wir vereinbart haben, aber das wird immer fälschlicherweise so kolportiert, als würde das nur der ÖVP zugutekommen, ist tatsächlich kein koalitionsfreier Raum, sondern ein Modus. Wenn beide, das ist ganz wichtig, wenn beide Parteien sagen, wir sind konfrontiert mit einer ZB noch größeren Krise als 2015, wo es nicht ad hoc eine gemeinsame Lösung geben kann, wo wir das nicht festgeschrieben haben, dann zu schauen, gemeinsam nämlich zu schauen, in einer gemeinsamen Vereinbarung auch, also da schert nicht einer aus, sondern wir sagen gemeinsam, wir müssen uns an das Parlament wenden, wir müssen die anderen Fraktionen mit einbinden, wenn die Krise so groß ist, dass das ganze Parlament gefordert ist. Das ist auch ein gravierender Unterschied. Und das ist auch sozusagen genau diese Demokratisierung, die Sie angesprochen haben, und das sehe ich genauso gelassen, wie auch durchaus positiv. Das ist eine klassische Seitensprungklausel. Derjenige, der sich die größte Mehrheit dann im Parlament sichert, der setzt sich durch. Ehrlicher wäre es zu sagen, dann ist die Koalition beendet. Wenn man Meinungsverschiedenheiten unüberbrückbar hat, ist sie zu Ende. Dann muss man nicht solche seltsamen Klauseln finden. Und das andere Problem ist doch, Sie tun jetzt so, als hätten Sie sich geopfert für die Koalition, weil niemand anders zur Verfügung stand. Das ist in der Politik immer eine ganz schwere Argumentation, wenn man nach der Macht greift. Nein, das war eher eine Kritik an den anderen Parteien, dass sie diese Verantwortung nicht übernehmen wollten oder auch konnten aufgrund ihrer internen Verfassung. Die internationale Presse hat überall getitelt im Stile von A, jetzt das Bollwerk gegen Extremismus, ein Bollwerk oder ein Neuanfang gegen den grassierenden Rechtspopulismus, Nationalismus, der der Europäischen Union grosse Schwierigkeiten macht. Also das möchte ich einfach nicht kleinreden. Und ich denke, die neue Kommissionspräsidentin van der Leyen, die hat ja extra in den fünf Jahren den Green New Deal ausgerufen für die Europäische Union. Ja, Mai, also da ist Österreich jetzt mit dieser Konstellation Sicherheit, Finanzen, die sind sehr wichtig für die Wählenden, aber gleichzeitig das Anerkennen, dass wir in einem Klimanotstand sind, das geht sehr gut miteinander. Und das ist tatsächlich was anderes. Da steigt über Brüssel ein gleicher Heißluftballon nach oben wie hier. Denn entscheidend wird sein, wie setzt man das um, 2040 klimaneutral zu sein. Sie werden das Programm ja nachgelesen haben. Also abseits von konkreten Maßnahmen würde ich schon gerne etwas ansprechen, was Frau Blacher hier ins Treffen geführt hat. Bei der ökosozialen Steuerreform. Wir haben zwei Phasen vereinbart, ganz einfach. In der ersten Phase gibt es ganz viele konkrete Maßnahmen von Ökologisierung der Pendlerpauschale bis Entlastung der Niedrigeinkommen und so weiter. Und dann richten wir auch eine Taskforce ein, weil wir uns anschauen wollen, welche Modelle sind adäquat, welche sind die besten für Österreich. Wir können nicht eine ökosoziale Steuerreform vom Zaun brechen, das ist, glaube ich, auch allen klar, sondern wir wollen mit Experten, Expertinnen genau das beraten, was ist auch im europäischen Kontext das Glückste, wie machen es die anderen Länder. Und das einfach schrittweise umsetzen. Also da zu sagen, dass da nichts passieren wird, wenn das genauso vereinbart worden ist, das halte ich für die Kürze. Eines der Probleme scheint dazu zu sein, Frau Blacher, wollte ich Sie nur mal ansprechen, dass da ja Investitionen, Ausbau an sehr vielen Stellen, auch von Ressourcen, eine relativ große Zurückhaltung in der Frage, wie das finanziert wird. Das findet man in dem Programm ja nicht, eigentlich nicht sehr konkret. Und da sagen beide, also Kurz und Kogler, man wird eben sparsam umgehen und dann geht sich das schon aus. Halten Sie das für zu riskant? Ja, das halte ich vor allem für den Gesetzen der Mathematik nicht unbedingt folgend. Schauen wir es uns kurz an. Es sind drei große Blöcke, die eingeschlagen sind. Das eine ist das Bekenntnis zum Nulldefizit. Das andere ist das, wenn auch vage Bekenntnis zu großen Investitionen im Bereich der Klimapolitik. Das dritte sind große Steuerzucker und nicht zuletzt für Konzerne und Unternehmen. So, und wenn ich jetzt aber gleichzeitig sage, ich will keine neuen Schulden machen, will den Unternehmen jede Menge schenken und by the way auch ganz viel investieren, dann brauche ich nicht unbedingt besonders gut in Mathematik sein, um mir zu überlegen, wie soll sich das ausgehen. Ja, aber Sie vergessen vom grünen Standpunkt her, dass auch diskutiert wird von McCoin, Frankreich auf der europäischen Ebene, die digitale Steuer, die Digitalsteuer. Also die grossen, GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple, die zu besteuern. Frankreich hat das übrigens schon. Also, sehr verehrte Damen und Herren, da gibt es ganz viele Finanzen, die sind zu holen. Und das wird selbstverständlich nicht nur auf der europäischen Ebene, sondern auch auf der österreichischen Ebene diskutiert. Und deshalb ist es nicht ein Argument, dass, ah, Sie haben so viel vor und die Grünen werden überhaupt nichts können. Nein, im Gegenteil. Wir müssen wirklich neu und anders zu denken beginnen. Vielleicht lassen wir trotzdem die Frau Plachy-Argument zu Ende führen. Sie folgen meinem Argument nicht ganz. Ich sage nicht, dass das Geld nicht da wäre, um klimapolitisch zu investieren. Ganz im Gegenteil. Ich finde gerade in Zeiten, wo klar ist, dass ich mir um Null Euro oder sogar ich verdiene Geld daran, wenn ich mir Kredite aufnehme, das Festhalten an einem Nulldefizit absurd ist. Also, es ist nicht so, als würde ich gegen Investitionen sprechen. Mein Problem ist allerdings, dass wir, ich habe den schwarzen Finanzminister schon angesprochen, die Spielräume im Budget macht zuallererst einmal das Finanzministerium. Und wenn Größe und Volumen einer zum Beispiel ökosozialen Steuerreform vollkommen nicht definiert sind, dann ist die Frage, worauf können sich die Grünen zurückziehen, um dann zu sagen, na Moment einmal, das haben wir aber ausgemacht. Da ist einfach ziemlich wenig da. Und wenn ich mir dann auch noch überlegen muss, dass das Ding hier sozial gerecht sein sollte, wenn ich euren Wahlprogrammen folgen kann, dann sind da ganz, ganz viele Fragen nicht beantwortet. Und ich glaube eh, dass man mit der ÖVP eine ökologische Steuerreform durchziehen kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man eine ökosoziale Steuerreform mit der ÖVP durchziehen kann. Ja, das ist aber natürlich etwas, was wir genau aber in diesem Wortlaut verhandelt haben. Ja, das ist mal das eine. Das zweite ist, wir haben schon auch sehr viele Menschen, die sich mit Finanzen auskennen. Und da würde ich wirklich irgendwie das nicht so stehen lassen wollen, dass die Grünen jetzt da total blauäugig in das Ganze reingegangen sind und jetzt darauf hoffen oder eben bangen müssen, ob sich das ausgeht oder nicht. Nulldefizit ist als Zieldefinition drinnen. Es ist abhängig von der Wirtschaftskonjunktur. Aber Investitionen in den Klimaschutz sind dort explizit festgeschrieben. Das heißt, wir kommen natürlich nicht umhin und wir würden uns ja natürlich selber nicht ernst nehmen, wenn wir etwas reinschreiben, aber genau das, womit wir angetreten sind, in einer ersten Regierungsbeteiligung auf Bundesebene dann nicht erfüllen können. Das heißt, natürlich werden die Grünen gerade auf diese Dinge schauen, die ihnen persönlich, ihren Wählern und Wählerinnen wichtig sind. Und das geht sich aus, dass man investiert und genauso aber schaut, dass die Staatsausgaben nicht explodieren. Und bei einer guten Wirtschaftskonjunktur geht sich das aus. Und wenn sich das so nicht ausgeht, dann werden wir auch hier wieder Experten befragen. Was uns wichtig war, dass wir Ökologie und Ökonomie zum ersten Mal in Österreich auch zusammendenken. Das ist der springende Punkt. Da wird es schon blauäugig, weil wenn ich konkrete finanzielle Beschaffungsmaßnahmen nicht hineinschreibe, dann wird es dann schwer sein, mit einem schwarzen Finanzminister dementsprechend zu verhandeln. Es ist vieles auch im klimatechnischen Sinne, was im Regierungsprogramm steht, ist ja auch im 17er-Programm schon dringestanden. Die Nahverkehrsmilliarde, die Hofer auf den Weg gebracht hat, das sind alles Punkte, die... Der hat den umgesetzt. Nein, ich sage ja nicht, wenn das umgesetzt wird, nur das Einzige, was in der ÖVP in dem Bereich keinen Vorwurf macht, ist das Nulldefizit, das übrigens diese Regierung, die vergangene Regierung, zum allerersten Mal erreicht hat. Das ist gut und das ist wichtig, weil das ist die Investition in die Zukunft. Und da habe ich... Das ist die Investition in die Zukunft. Nur wenn jetzt die Zinsen wenig sind, das heißt ja nicht, dass die Zinsen dann allalong auch immer so bleiben. Aber es geht, schaut, es ist... Also das ist ganz klar, wo wir auch sagen, okay, das war wichtig und das ist der ÖVP auch wichtig und das ist richtig. Und wenn ihr das nicht mit einverhandelt habt, dann habt ihr einen riesengroßen Fehler gemacht. Jetzt darf ich aber noch ganz kurz das Thema, was vorher noch angeschnitten wurde, dieses legale Fremdgehen. Das würde mich nämlich schon jetzt... Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, weil Sie zum allerersten Mal gesagt haben, wann das dann der Fall ist, weil es ist auch nicht drin gestanden. Sie haben gesagt, dass es bei einer größeren Krise wie 2015... Das ist so festgeschrieben. Das schaue ich mir an und eines möchte ich mir schon auch... Ich möchte ja auch wissen, Nehammer hat auch gesagt, er möchte diese Asylzentren an der Grenze machen, ob die Grünen da auch damit einverstanden sind. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Und was mich natürlich schon interessieren würde, und da stellt sich dann heraus, wie dick ist diese Koalition oder wie gut kommen die Personen miteinander aus oder wie gut ist das Programm, der Tagesalltag, dieser Regierungsalltag. Was passiert, wenn ein gut integrierter Asylwerber einen negativen Asylbescheid hat und da wieder eine größere Gemeinde oder Personen hinter ihm stehen, die sagen, der darf nicht abgeschoben werden. Was macht man da nicht? Folgt man dann dem Gesetz oder gibt man dann der Gemeinde nach und sagt, okay, das machen wir nicht. Also das würde mich dann schon interessieren, wie die Grünen dann das Ganze angehen werden. Ja, das werden Sie dann auch leicht beobachten können. Was mich schon wirklich irritiert, ist zum einen, dass hier in dieses Regierungsprogramm alle möglichen Dinge reininterpretiert werden, die so gar nicht drinnen stehen. Und wenn Sie mich jetzt nach gewissen Punkten fragen, die Sie anscheinend im Programm gelesen haben, dann verstehe ich auch nicht, wieso Sie wieder jetzt alles auf das Migrationsthema auch reduzieren wollen. Es ist ein wichtiges Thema. Die Migrationsbewegungen weltweit sind eine große Herausforderung. Das haben auch wir Grüne immer gesagt. Wir haben einen Zugang dazu, der sich sozusagen an den europäischen Richtlinien, an den Menschenrechtslinien orientiert und suchen hier nach sachlichen Lösungen. Das ist unser Zugang. Das wird auch weiterhin unser Zugang bleiben. Aber es geht nicht nur um Migration und Asyl oder Rückkehrzentren. Es geht auch darum, dass wir wirklich eine Kehrtwende schaffen in der Klimapolitik. Dass wir für mehr soziale Gerechtigkeit in dem Land sorgen und dass wir endlich ein Transparenzpaket haben in diesem Land. Und das war jetzt die Frage, und das ist ja auch kein Zufall. Es ist ja dann doch ein spektakulärer Mechanismus, wie Herr Schuler auch gesagt hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so etwas einbaut. Der ist recht kompliziert. Ich habe es auch gelesen. Ich habe jetzt aber die Frage an Sie zurück, Herr Abwärtsger, nämlich an die FPÖ. Sagen wir, dass es passiert? Man kann sich in diesen, glaube ich, sechs Stufen, die es da gibt, nicht einigen zwischen den beiden Koalitionsparteien. Und man vereinbart, dass man im Parlament Mehrheiten sucht für eine Regelung, die man gemeinsam nicht zustande gebracht hat. Dann ist ja die Frage, was tut dann die FPÖ im Parlament? Das ist doch völlig wurscht. Die FPÖ hat eine klare staatspolitische Verantwortung. Und die würde man dann auch wahrnehmen. Ich frage das deswegen, weil der Herr Kickel gesagt hat, das gibt es da nicht Cherry-Picking, also Rosinenpicken macht man entweder ganz oder gar nicht. Es kommt darauf an, was beschlossen werden soll. Aber wenn es eine staatspolitische Krise in dem Sinne ist, wie wir es 2015 gehabt haben, die Sie verursacht haben. 2015 haben wir also nichts verursacht. Nein, aber im Mai haben Sie eine... Da haben wir nichts verursacht, 2015, 2016. Eher Ihre Fraktion, nicht mit der Willkommenspolitik. Ach so, wirklich, da waren wir nicht in einer Regierung klein. Das ist meiner Sacht. Naja, aber es ist ja... Naja, lassen wir das.